Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf diesem Team of the Season Show Team, damit wollen wir natürlich nicht spielen. Ich will diesen Katastrophentag jetzt langsam mal hinter mich bringen. Nein, da könnt ihr natürlich nichts für und ich werde mich jetzt auch nochmal pushen hier in dem Spiel. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt hier nochmal schön mit dem Non-Red Team. Keine Angst, den Premier League Team Cup werden wir auch noch fertig spielen. Aber jetzt spielen wir erstmal ganz normal eine Runde. Ich bin aktuell in einer ziemlich miesen Verfassung heute drauf. Also es war halt wirklich wieder ein richtig schrecklicher Tag mit den ganzen Disconnects und allem. Ich wollte eigentlich schon seit gut und gerne zwei Stunden am Strand liegen. Aber naja, heute lief halt einfach nicht so. Und ich hoffe jetzt echt mal stark, ich habe jetzt eine ganz kleine Pause gemacht, habe nochmal eine geraucht, habe nochmal ein bisschen was getrunken. Und ich hoffe jetzt mal stark, dass es jetzt gleich beim ersten Versuch klappt, das Abendvideo aufzunehmen. Ne, sorry, aber ihr wisst das ja. Es gibt halt echt immer mal so einen Tag in der Woche, würde ich sagen. Da läuft einfach alles scheiße. Und das ist heute wieder mal so ein Tag. Aber wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus, ne. Müssen wir ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier dann holen können oder auch nicht holen können. So, kein Gegner gefunden. Das ist schon erstmal schlecht hier. Vielleicht finden wir danach nochmal einen. Das wäre mal ganz hübsch. Und ja, ich denke mal, ich hatte schon sowas angekündigt, dass wir Spieler verkaufen werden, weil es irgendwie bei mir mit den Team-of-the-Season-Spielern vor allem überhaupt nicht so tutti läuft. Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich denke mal eher, es liegt an den Teams, nicht unbedingt an den Spielern. Das heißt, wenn man natürlich versucht, so viele Team-of-the-Season-Spieler zum Beispiel wie möglich in ein Team unterzubringen, dann sieht das natürlich meistens relativ tutti aus. Aber es gibt halt meistens noch zum Beispiel goldene Alternativen, die wahrscheinlich besser werden. Und ja, das ist, denke ich mal, auch so ein Punkt. Formation, ich weiß nicht, aktuell bin ich da echt so ein bisschen am Schwanken. Ich hätte gerne in dieser Formation, die wir hier gerade sehen, hätte ich, glaube ich, gerne was mit Ibra gemacht. Ich denke mal, das wird auch als nächstes folgen. So schön vorne Ibra rein, links der liebe Herr Lavecci, rechts der liebe Herr Lukas. Und da müssen wir mal gucken. Am besten dann natürlich hier ins ZOM noch einen vom PSG, weil dann sind links und rechts die Leute sozusagen schon bedient. Dann müssen wir nur gucken, der ZOM, der bräuchte nämlich dann noch einen Link. Und das ist so ein bisschen das kleine Problem, wen wir da hinstellen könnten. Eventuell, ah ne, das reicht aber nicht. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, eventuell Kalou. Aber Kalou bringt ja dann den linken und rechten Mittelfeldspielern nur einen normalen Link. Und dann bräuchte Kalou auch wieder, ah ne, ist auch scheiße. Wen könnte man da hinstellen? Ich meine, es gibt ja auch keinen ordentlichen Brasilianer zum Beispiel vom PSG, den man ins ZOM stellen könnte. Es gibt keinen ordentlichen Argentinier im ZOM. Pastore, wenn der noch ZOM wäre, den würden wir mal testen. Aber der ist ja leider rechtes Mittelfeld. Und ansonsten, ja, da kannst du natürlich Menesse hinstellen. Aber da brauchst du im ZDM auch wieder irgendeinen Franzosen. Ah, da können wir vielleicht dann auf der rechten Seite oder linke Seite was. Na gut, rechte Seite könnte man natürlich machen mit Pogba in Form zum Beispiel. Hinten Chiellini in Form und Abate. Das würde natürlich auch klar gehen. Und dann vielleicht linke Seite, hm, müsste man da mal überlegen. Aber das würde natürlich klar gehen, wenn wir Menesse als ZOM nehmen würden. Was haben die denn noch so? Kabay haben sie natürlich. Aber ich glaube, Menesse gefällt mir besser. Kabay habe ich ja auch schon gespielt. Matuidi ist kein ZOM, der kann nicht schießen. Was haben die noch bei PSG? Motta haben wir natürlich den Team of the Season, aber der ist halt für mich jetzt auch kein ZOM. Dann eher ZM, ZDM. Was haben wir sonst noch bei PSG? Cavani halt. Aber Cavani ist dann auch wieder das Problem. Da bräuchten wir dann entweder einen aus der französischen Liga oder einen Uruguay im ZDM. Und da fällt mir jetzt auf die Schnelle mal überhaupt keiner ein. Das heißt, das ist auch wieder nicht so pralle. Ah, ich lasse mir da nochmal ein bisschen was durch den Kopf gehen. So, die Suche warten wir jetzt nochmal kurz ab. Ansonsten muss ich euch rausschmeißen. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal wieder keine Gegner finde. Es ist halt echt der Tag. Der ist heute vollkommen im Arsch. Eigentlich müsste ich ja gerade heute Gegner finden, weil heute haben wir ja Sonntag. Aber es will einfach nicht. So, jetzt wirklich nochmal die letzte Suche. Ansonsten schmeiße ich euch nochmal ganz kurz raus und hole euch dann einfach wieder rein. Meine Güte. Und ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, wir finden so nach 8 Minuten oder 10 Minuten einen Gegner. Oder ich dann. Und dann disconnectet das Scheißspiel wieder nach 30 Minuten. Ich glaube, dann schmeiße ich den Controller in die Klimaanlage rein. Oder nee. In die Klima lieber nicht, weil dann werde ich wahrscheinlich sterben. Also, einmal war hier, die Klima wird halt immer gesäubert. Und da war halt hier irgendein, keine Ahnung, so eine Thai-Firma da. Und die haben die Klima auseinandergenommen. Und in der Zeit lief die Klima natürlich nicht. Aber wir waren im Raum drin. Ach du Scheiße, wie ich gesweatet habe. Da merkt man erstmal, wie wichtig die Klima hier im Raum ist. Also ohne würdest du hier echt einfach nur tot gehen. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich würde sagen, ich hole euch wieder rein, wenn ich einen Gegner habe. Also, bis gleich. So, ich glaube, ich habe einen Gegner gefunden mit einem Team namens He-He. Und er spielt mit Französischer Liga, Premier League und Spanischer Liga. Mit Diego Costa, David Villa, dazu Ramirez, Matuidi, Marta, Lukas, Sanja, Kabul, Luis, Klichy und Joe Hart. Ja, ich muss sagen, ganz hübsch aufgebaut. Alle bekommen volle Chemie, soweit ich das gesehen habe, auf die Schnelle. Müsste aber passen. Und ja, bin ich mal gespannt, was das hier für ein Spielchen wird. Leckend sieht es, ich wollte gerade sagen, sieht es auch nicht aus. Und dann gibt es natürlich direkt einen Leck. Scheiße. Naja, aber mal gucken, wie das hier so läuft. So, Mirayas. Hier nehmen wir mal Kune mit. Aber Matuidi fängt hier direkt den Ball ab. Außen aufpassen. Da kommt jetzt erstmal David Villa. Ja, Jones, komm. Eben kommt er noch mit 180 kmh von hinten angerauscht. Und dann bremst er da nochmal ab. Ich glaube, mein Controller ist jetzt übrigens vollkommen im Arsch. Ja, jetzt spiele ich nur noch auf dem Plastik unter dieser Haut. Geile Sache. So, nicht David Lewis, bitte. Der Schwarzer ist aber am Start. So, rennen wir mal hier ein bisschen mit dem De Bruyne. Ah, schade. Den hätten wir natürlich mal abfangen können. Ja, wieder raus. Was ist jetzt los? Ja, abseits vom Gegner. Aber anstatt, dass er mir den Vorteil gibt, pfeift er es natürlich ab hier. Ah, ist das zum Kotzen, ey. Habt ihr vielleicht gesehen, war ja natürlich alles vom Gegner aufgerückt. Aber naja, was willst du machen? Versuchen wir den mal locker rauszuspielen. Ja. Oh, doch. Kommt sogar an. Aber jetzt ist er bei Marta, der aber irgendwie nicht mehr spielt. Hm. Naja, gucken wir mal. Jetzt spielt er, glaube ich, wieder. Ja, jetzt spielt er wieder. So, jetzt hier vorne durch. Sehr schöne Ding. Aber leider ist Joe Hart da. Oder spielt er doch nicht mehr? Eben kam es mir so vor, weil er auf einmal mit einem Spieler so weggerannt ist. Heute wollen mich alle verarschen. Aber jetzt spielt er auf jeden Fall wieder. Das war kein automatischer Abschlag. So, De Bruyne. Aruna Kone. Ja, da wurden wir zu lange festgehalten. Lukas will den Lob direkt nach vorne bringen. Stellungsfehler hier von Reed. Beziehungsweise er tritt halt einfach in die Luft, wo gar kein Ball war. Jarvis. Hier bringen wir nochmal auf den Kone. Und jetzt hier vorne durch. Ja, gut. Kommt nochmal an. Da sollt er natürlich nicht hin. Jarvis. Sehr schön. Jarvis zieht. Zieh. Zieh. Flank. Kommt. Kone ist da. Und da ist natürlich auch David Lewis. So, jetzt drückt er hier nochmal die Pause. Der Dope FC. Ja, noch nicht sonderlich viel passiert in dem Spiel, würde ich sagen. Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass dieser Ball direkt auf, ich denke mal, dass es fair kommt. Und werde jetzt einfach gar nichts drücken, sondern einfach gegen den Ball rennen und hoffen, dass ich dann eine freie Schussbahn bekomme. Mal gucken, ob das klappt. Solange der Gegner jetzt nicht irgendwie quittet. Oder sonst irgendwas. Das würde natürlich zum heutigen Tage passen. Ja, neun Sekunden, acht Sekunden. Gucken wir mal. Aber ich glaube eh, der geht über mich drüber. Hier dieser Abpraller. Aber schauen wir mal. So, jetzt geht es nämlich weiter. Ja, und hier kommt dann tatsächlich fair an den Ball und Leeroy Fair schießt leider Gottes Joe Hart an. Ist natürlich alles so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber der Abschluss dann nicht so ganz. So, Kabul springt hier. Das heißt, der Gegner sollte eigentlich wieder spielen. Jo, macht er auch. Sissoko spielt hier dem Gegner in die Füße. So, Diego Costa. Ein bisschen am Rum-Tribble. Diego Costa lobbt ihn irgendwo hin, wo gar keiner steht. So, hier nochmal Cuné. Aber Jarvis. Und wo ist der Ball? Jetzt ist er wieder bei uns. Sehr schön. Jarvis nehmen wir mal hier außen mit auf Mirayas. Cuné steht in der Mitte. Aber kann er leider noch abfangen, das Ding hier. Können wir hier wieder abfangen mit Kevin De Bruyne. Fast. So, Rodwell. Schön. Aruna Cuné. Gehen wir einfach mal durch. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen zu spekulativ von mir gespielt. So, Diego Costa. Auf David Villa. Wieder ein bisschen rumtribbeln. Einfach von hinten drauf dann. Und gut ist die Sache. Jarvis. Okay, jetzt wird das mit den Lecks aber auch irgendwie immer mehr. Fällt mir gar nicht so. Diego Costa. So, will er wieder dribbeln. Also er liebt es auf jeden Fall zu dribbeln. Kommt mir so vor. Und jetzt hier außen durch. Ja. Oh, der ist aber viel zu weit außen durch. Da sollte er natürlich nicht hin. Push-Taste Mirayas. Ah, Scheiße. Die setzt da durch das, hier durch die Lecks ein bisschen sehr viel zu spät ein. Habt ihr vielleicht gesehen. Dann hat er natürlich das Dribbling angesetzt. Schöner Seitenwechsel hier auf, weiß ich nicht wen. Ich glaube Jarvis. So, David Villa. Ne, ist fast unmöglich hier die Partie zu verfolgen für euch. Weil es leckt halt übertrieben. Krass. So, jetzt muss ich mir hier nochmal einen anderen Spieler dazu ziehen. So. Okay, gibt es wenigstens nur einen Eckball. Obwohl, ich glaube, ich hätte lieber hier die Flanke durchgelassen. Weil ich glaube, Diego Costa ist nicht vorne drin gewesen. Und jetzt ist natürlich David Luiz drin. Na, opa. Schwarzer. Schmeißt das Ding hier raus. Aber leider. Nein. Ja, Diego. Yay, yay, yay. Yay, das läuft auf jeden Fall hier. Definitiv. So, Diego Costa erstmal hier schön. Die einarbige Liegestütze. Ne, kannst du haken. Übel hier am rumlecken. Und ja, ich würde mal sagen, so ganz gefällt mir das Ganze nicht. Ich hoffe mal, es wird nochmal besser. Ansonsten weiß ich auch gar nicht, ob ich dieses Spiel hier bringen sollte. Nicht, weil der Gegner jetzt ein Tor gemacht hat übrigens. Sondern einfach, weil es ist halt auch für euch nicht schön anzusehen. Man kann hier einfach nicht ordentlich spielen. Und dadurch natürlich auch nicht ordentlich kommentieren. So, hier nochmal auf die Außen durch. Auf Phil Jones. Ist das ekelhaft. Flanke kommt in die Mitte auf Kevin De Bruyne. Der direkt den lieben Herrn Joe Hart anköpft. Können wir den vielleicht abfangen? Leider nicht. Aber wir hätten fast sogar wieder zu uns zurückgespielt. Lukas. Einfach mal aus der Drehung der Lopp-Pass. Mirayas ganz genau. Ah, scheiße. Da kommt David Lewis noch. Den habe ich nicht gesehen. Phil Jones erst ganz gut. Aber dann ist der Ball wieder weg. So, schön von Sissoko. Jarvis. Nehmen wir nochmal Sissoko mit. Nochmal weiter hier. Nochmal in die Mitte auf Aruna Kone. Und jetzt durch. Aber nicht auf den. Hm. Mirayas Schusstäuschung. Mal gucken, ob er so macht. Ne, macht er nicht. Okay, jetzt kriegen wir einen Eckball hier. Ne. Heute ist echt nicht mein Tag. Was hier mit den Aufnahmen abgeht. Eckball. Und da kommt Leroy Fair. Sissoko, da hast du dich ein bisschen hier verschätzt, Kollege. Hüpf. Müssten wir eigentlich gewinnen. Denkst du dir? Lukas gewinnt hier gegen weiß ich nicht wen. Aber sah relativ groß aus von uns. So, zieh durch Mirayas. Mirayas. Ja, schön reingezogen. Mirayas. Und da kommt Kabul noch dazwischen. Nächste Ecke für uns. So, ich glaube mit dem Längen ist es immer noch nicht besser geworden. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal sehen, wenn das Spiel vielleicht mal irgendwie so ein bisschen normal läuft. So, Ramirez. Klärt das Ding hier. Spielen wir gleich wieder auf die Außen. Nochmal Mitte. Nochmal weiter in die Mitte. Nochmal Mitte. Und jetzt außen durch. Sehr schöne Kombination. Und De Bruyne macht den jetzt rein. Ja, ganz gut die linke Seite seiner Abwehr ausgespielt. So, jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht... Das ist ein bisschen besser, oder? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns erst mal noch ein bisschen hier... Gucken wir uns das erst mal ein bisschen an. So, das wollte ich sagen. David Villa wird hier umzingelt von der Non-Rare-Truppe. Nochmal hier zurückgespielt. Konnte er hier zumachen. Sehr schön von De Bruyne abgefangen. Nochmal auf die Außen. Sehr gut. Sisoko. So, lauf mal De Bruyne. Ja. Ja, doch. Ja, Kabul. Das alte Biest. Hier nochmal abgelegt auf De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Aber da war dann Ramirez mit am Start. Jetzt wieder nach hinten rennen, Jungs. So, haben wir. Wieder nach vorne. Sisoko. Nehmen wir hier nochmal einen Fair mit. Okay, den will er nicht mitnehmen. Ich bin nochmal auf Cuné. Und jetzt da... Oh, nein. Nicht da durch. Rodwell. Und jetzt hier außen durch. Und nochmal... Ach, lauf doch mit, Kollege. Na gut, Phil Jones. Phil Jones. Na, wo ist der Ball? Bei Kabul. Cool. Können wir hier nochmal holen. Und jetzt ist Abseits gewesen. Obwohl das eigentlich gar kein Abseits sein kann, oder? Das ging mir jetzt ein bisschen sehr schnell. Weiß ich nicht genau. Hüpf. Sehr gut. Cuné auch nochmal hüpfen. Ne. Halbzeit hier. Katastrophales Spiel. Einfach durch die Lex... Den Lex geschuldet. Und auch... Ja, ich weiß nicht. Na, eigentlich nur den Lex. Weil es kann hier einfach kein ordentliches Spiel zustande kommen. Ja, machst du sehr schön, Kollege. So, spielen wir den Gegner hier nochmal schön in die Füße. So, jetzt machen wir erstmal den Führungstreffer, würde ich sagen. Damit wir das alles nochmal ein bisschen gechillter angehen können. So, spielen wir hier rüber. Mirayas. Na, lauft mal durch. Ja, schade. Da wäre Phil Jones jetzt durch gewesen. Hol dir das Bällchen. Hm. Ne. Soll ich schon mal irgendwo freilaufen? Okay, hier. Rodwell jetzt. Ja, ziehen wir einfach mal. Und jetzt hier... Ja. Ist kein Abseits, ne? Bringen wir mal die direkte Flanke. Ja, das war jetzt ein bisschen risikobehaftet. Die kommen natürlich meistens etwas schlechter. Aber Kune ist da schön reingestartet. Deswegen habe ich gedacht, probieren wir es doch einfach mal. David Villa hier. Ja. Will auf die Flanke gehen, oder? Sagen wir jedenfalls danach aus. Und Reed klärt das Ding jetzt erstmal. Einwurf für den Gegner. Hier hinten ein bisschen zumachen. Schmeißt er einfach mal in die Mitte. So, Aruna, Kune. Nochmal in die Mitte. Spiel die Bräune. Und jetzt außen durch auf Kune. Und er pusht sich, oder? Push-Taste. Aruna, Kune. Alter. Oh, danke, Kune. Gott sei Dank ist er einfach ein Biest, das immer nachsetzt. Sonst hätte ich mich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Ich meine, er wurde halt übel bedrängt. Deswegen kannst du so ein Ding nicht ganz platziert schießen. Aber er hat es ja dann noch ordentlich gemacht durch sein Nachsetzen. So, Hurenmata. Der Hurenmata. Und das dürfte gar nichts werden. Und das wird auch gar nichts, weil der Schwarzer da ist. Schmeißen wir nach außen ab. Ist aber echt ekelhaft mit dem Rumgelegge. Ey, das geht mir aber übel auf den Piss. So, ich spüre hier nochmal weiter, nochmal weiter. Und jetzt außen durch. Leider ist Kabul da. Macht er hier ein bisschen Faxen mit seinem Innenverteidiger. Kann man natürlich auch mal machen. Und jetzt nochmal außen durch. Ja, scheiße, den habe ich nicht gesehen. Wieso ist der Kabul eigentlich schon wieder hinten? Aber er macht schon wieder Faxen hier. Soll er ruhig so weitermachen. Das gefällt mir natürlich, wenn die Gegner irgendwelche Faxen mit dem Innenverteidiger machen. So, Leroy Fair. Aruna Kuni. Und jetzt da vorne durch. Na, wo ist der Ball? Dann kriegen wir nicht ganz. Oh, jetzt aufpassen da vorne. Ganz genau da vorne. Das war jetzt knapp hier. Unsere Abwehr ein bisschen aufgerückt gewesen. Jetzt hier nochmal oben drüber. Kommt leider nicht ganz durch. Matuidi. Lukas. Ein bisschen am Skilly Vanillin. Ich spüre mit dem Gegner in die Füße. Ram Ramirez. Ramirez läuft. Ja. Es ist halt echt zu geil. Jetzt ohne Scheiß mal. Er kommt gar nicht irgendwie annähernd in Richtung von meinem Tor. Und ja, dann macht er einen Schuss mit, ich glaube Matuidi war es. Der komplett ungefährlich ist. Und der Ball kommt halt perfekt wieder zu Lukas. Hier sehen wir es nochmal. Pum. Komplett ungefährlicher Schuss. Schade. Sehen wir noch nicht ganz, aber ist ja auch Latte. Ihr habt es ja vorher gesehen. So, Mirayas. Die Bräune. Spielen wir hier nochmal nach außen. Nochmal Mitte. So. Aber Aruna Kone anscheinend ziemlich im Abseits. So. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Ganz klares Abseits hier. Lang raus. Hüpf. Schön vom Reed. So. Nochmal nach vorne. Ja. Wird abgefangen. Was ist jetzt schon wieder los? Von Wiederspielunterbrechung. Keine Ahnung warum. Abseits wahrscheinlich wieder mal. Hüpf. Ja. Das Tor köpft seinen eigenen Mann an. Jetzt ist Ram Ramirez hier über die Seite durch. Bringt die Flanke. Müssen wir natürlich aufpassen hier gegen ihn. Oh. Jetzt Kevin de Bräune. Ah. Der wäre so geil durchgegangen. Aber jetzt vielleicht nochmal. Ne. Irgendwie ist immer noch ein Bein dazu. Dazwischen. Und jetzt. Ja. Richtig geil gespielt. Mirayas. Alter. Joe fucking hart. Hüpf. Naja. Komm. Dranbleiben hier. Machen wir ja noch unseren Siegtreffer. So. Will er hier durchschloppen. Dürfte Abseits sein. Und ist auch Abseits. Ich glaube er hat die Latte oder so getroffen mit seinem Schuss dann. Weil mein Controller vibriert hat. So. Versuchen wir hier mal de Bräune anzuspielen. Ja. Geht natürlich kein bisschen auf de Bräune. Und ich laufe wieder schön in den Konter rein. So. David Villa. Hübsches Schüsschen. Ich hoffe mal ich war nicht dran. Aber ich gehe stark davon aus. Dass ich noch dran war. Ja. Eckball. Juan Marta. Ja. Alter. Ich habe keinen Bock mehr ohne Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Er war so gut und gerne zweimal vorm Tor und macht drei Tore. Naja. Okay. Weiter geht es hier. 72. Jetzt heißt es dann wahrscheinlich hier so ein bisschen auf Offensiv. Ja. Ja. Offensiv. So. De Bräune. Nehmen wir hier nochmal de Bräune mit. So. Kevin de Bräune. Spielt ein scheiß Pass nach außen. David Villa. Juan Marta. Macht der Jones ganz gut. Schießen wir den Jones hier nochmal. Seinen Spieler nochmal an. So. Schmeiß. Danke. Geh nochmal nach vorne. Coney. Nochmal über die Außen durch. So. Da laufen wir jetzt mit Mirayas gegen Kabul. Mirayas bringt die Flanke hinten rein. Kommen viele angeflogen. Aber anscheinend war der gegnerische Spieler am Ball. David Villa. Nochmal hier in die Mitte. Und Coney mal wieder im Abseits. Ja komm. Weiter hier. So. David Lewis. Abstoß. Hüpf. Wieder in die falsche Richtung. Alter. Geh doch einfach der Keeper hin. Ohne Scheiß mal. So. Jetzt nach vorne. Und jetzt bring ihn doch hoch drüber. So. Diego Costa. Der Ball wieder weg. Nochmal nach außen. Nochmal Mitte. Jetzt lauf außen durch. Jarvis bitte. Danke. Zieh. Zieh. Push-Taste. Wirkt. Bring die Flanke auf Kone. Und wieder nicht. Aber wir haben ihn noch hier. Spielen wir nochmal nach außen. Außen mitgenommen hier auf den Phil Jones. Bring die Flanke. Kevin De Bruyne ist da. Und wieder Joe Hart. So. Eckball. Bringen wir mal mit dem Kevin. Kommt ganz gut. Und jetzt aus dem Rückraum mit Kevin De Bruyne. David Lewis kann den Ball wieder abfangen. Und Reed. Jetzt hier nicht den Ball verlieren. Kone rückt nicht raus. Distant. Nochmal nach vorne. Rodwell. Und jetzt hier drüber. Sehr schön auf Rodwell. Und alter. Wieder Joe Hart. Ei, ei, ei. So. Wieder Eckball. 86. Minute. Okay. So. Na komm Kollege. Drück mal weiter hier. So. Miraya. Es kommt wieder gut. Und jetzt. Alter. Danke. Irgendwas muss halt auch mal reingehen. So. Jetzt wieder auf ausgeglichen machen hier. Na komm Kollege. Du weißt selber, dass das ganz hart verdient ist, was wir hier machen. Komm. Oder hat er jetzt keinen Bock mehr zu spielen. Nein. Natürlich wird er weiterspielen. So. David Villa setzt einen Skillmove an zum Start. Kone läuft sich hier schön den Ball ab. Ziehen wir jetzt einfach mal durch. Jetzt ziehen wir einfach mal durch. So. Ziehen wir. Ziehen wir. Bring die Flanke. Und jetzt. Der ist drin. Der ist drin. Fick dich Alter. Fick dich. Sehr schön. Alter. Wie mich das jetzt freut. Gegen diesen Gegner hier. Jetzt versucht er natürlich noch einen Anstoßtrick. Und er kann es bestimmt auch noch. Boah. Alter. Das wäre natürlich jetzt hart gewesen. Nochmal Mitte. Alter. Wieso bringst du so einen scheiß Pass, Kollege? Aber. Haben wir noch. Nochmal weiter vorne. Wo ist der Ball? Ramirez hat ihn. Und ja. Da ist er jetzt drüben durch. Winkel spitz gemacht. Bringt hier nicht mehr viel. Unglaublich. Einfach nur. Unglaublich. Alter. Da könnte ich mich erhängen. Da könnte ich mich erhängen. Wenn ich so eine Scheiße hier sehe. Aber naja. Der Tag ist echt gefressen hier. Der Tag ist gefressen. Drei Chancen. Vier Tore für den Gegner. Das Ding nagelt der Marietje unter die Latte der Louis. So. Ja. Haben wir noch eine Chance. Und vielleicht sollte ich jetzt zum ersten Mal versuchen einen Anstoßtrick zu machen. Ich versuche es jetzt glaube ich echt mal. Ich kann den aber überhaupt nicht. So. Ja. Er freut sich noch ein wenig an seinem Tor hier mit dem Louis. So. Irgendwann sollte es dann doch mal weiter gehen. Aber er muss noch ein bisschen zelebrieren hier. So. Ja. Lukas 91. Geht es jetzt mal bitte weiter. So. Ich glaube ich muss dann das drücken hier. Ne. Das hat überhaupt nicht geklappt. Scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh man. Ja. Massive mal hier wieder at its best. Mal wieder richtig schön die falsche Taste hier gedrückt. Und jetzt geht es hier auch noch in die Verlängerung. Oh mein Gott. Ah. Fuck. Naja. Ich hätte den Anstoßtrick eh falsch gemacht. Deswegen ist es erstmal scheißegal. Ja. Nichts abklatschen hier. Weiter. Ach Kollege. Jetzt drückt er auch mal weiter hier. Ich muss nichts dazu sagen. Er hat einfach jedes Ding reingemacht. Ist wirklich so. Und vorne bei uns lief wieder nicht so super tutti. Scheiße. Aber dann machen wir es jetzt mal vielleicht mal in der Verlängerung. Und vielleicht mal kein Elfmeterschießen. Wäre ja auch mal was. Ey. Es gab bei mir so wenig Elfmeterschießen. Und seit dieser Team of the Season Zeit. Seitdem wir diese ganzen Team of the Season Teams haben. Waren wir glaube ich schon fünf Mal oder so im Elfmeterschießen. Vorher in den 300. Keine Ahnung wie viel Let's Plays. Kein einziges Mal. Und jetzt. Na gut. Kein einziges Mal ist übertrieben. Aber vielleicht zwei, drei Mal. Und jetzt irgendwie innerhalb von 20 Episoden fünf Mal. Schon ein bisschen übertrieben. So. Gucken wir mal wie es hier weiter geht. Das kann ja nur noch ein witziges Spiel hier werden. Könnt ihr mal bitte ein bisschen nach vorne laufen hier. So. Jarvis. Nehmen wir erst mal hier in der Mitte mit. Nochmal hier. Und jetzt. Ah. Nochmal weiter. Danke. Hier nochmal auf den Roadtour. Nein. Auf den Roadtour. Gut. Spielen sie sich wieder hier die falschen Pässe zu. David Villa. Schön dazwischen gepusht. Jetzt gib mir den anderen Spieler. Alter. Nämlich den Jones. Und jetzt da draußen. Leroy Fair bringt ihn hier auf die Außen. Auf Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Und sehr schön. So. Einfach diesmal nicht den Pass gesucht. Sondern einfach das Tor gesucht. Und einfach mit Pace in die Mitte gegangen. So. Anstoßstrick wird kommen. Und ich glaube er konnte den sogar gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut. Geht aber ins Aus. Ich hoffe mal der Reed war nicht immer mit seinem Füßlein dran. So. Aufpassen jetzt. Weil er drückt hier nie die Wiederholung weg. Das ist dann ziemlich gefährlich. Dass ich hier X drücke und dem Gegner in die Füße spiele. Deswegen warte ich mir lieber hier diese ganze Wiederholung ab. Okay. Ne. Ich warte jetzt. Jetzt den. Die letzten zwei Sekunden kann ich auch noch warten. So. Gut. Jetzt machen wir einen Abstoß hier auf die Seite. Kommt. Nicht. Natürlich nicht. Hüpf. Sind zwei Leute von mir da. Und keiner geht auf den Ball. Mirayas. Und jetzt bring ihn außen durch. Ist zwar nur Rodwell. Und der kommt wahrscheinlich auch nicht gegen David Lewis durch. Oh. Hier abgelegt. Und Kevin De Bruyne. Fuck man. Und schon wieder gibt's Eckball. Fuck. Wäre der wichtig gewesen. Schön abgelegt auf De Bruyne. So. Jetzt bringen wir mal hier das Ding in die Mitte mit Mirayas. Und jetzt macht das Ding auch mal nach einer Ecke. Hier nochmal abgelegt. Wieder De Bruyne. Und wieder abgefälscht. Jetzt kein Konter bitte. Nein. Nein. Ja. David Villa ist hier durch. Ja. David Villa ist durch. Torwart rausgeholt. Gott sei Dank macht das Scheiße. Alter. Wie mich das abgefuckt hätte. Na. Ja. Kevin De Bruyne. Jetzt hier nochmal auf Cuné. Nehmen wir nochmal außen mit. Ja. Der kommt jetzt nicht ganz so pralle auf Mirayas. Müssen wir hier nochmal zurückziehen. Ui. Ui. Nochmal zurück. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Raum schaffen. Jetzt nochmal auf die Seite. Auf Kevin De Bruyne. Jetzt kommt die Flanke. Die kommt sogar ganz gut. Und aus dem Rückraum kommt nochmal ein Schuss von keine Ahnung wem. Mirayas. Mirayas kommt leider nicht nochmal zum Schuss. Aufpassen. Dass wir jetzt hier nicht noch in Konter rennen. So. 105. Dürfte jetzt eh gleich abgefiffen werden. Und jetzt aber nochmal ganz da drüben durch. Auf Kevin De Bruyne. Das gibt's nicht. Alter. Wieso gehen die Dinger... Ja. Und Fairläuf springt nochmal unterm Ball durch. So. Erste Halbzeit ist rum. Wir hätten einfach Minimum zwei Dinger machen müssen. Aber es ist leider nur ein, zwei rumgekommen. Naja. So. Jetzt nochmal die zweite Halbzeit. Und dann sind wir hier durch. Hoffentlich. Vielleicht gibt's auch wieder mal Elfmeterschießen. Wovon ich irgendwie fast stark ausgehe. Diesmal ist Kevin De Bruyne irgendwie so ein bisschen der Scorer in unserem Team. Geht gerade schon ab, der Junge. So. Was ist jetzt los? Es wird hier irgendwie keine Zeit mehr angezeigt. Und auch die Animation geht hier nicht weiter. Warum auch immer. Keine Ahnung. Na komm. Ich glaub da hat sich wieder was aufgehangen. Oder der Gegner hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Aber wir warten jetzt einfach mal bis die 30 Sekunden wahrscheinlich zu Ende wären. Was anderes kann ich ja eh nicht machen. Ich komm ja eh nicht raus. So. Okay. Geht anscheinend doch weiter. So. Diego Costa hier. Ja. Lukas wird gleich mal ein bisschen Skilly Vanillin. So. Schön auf Cone. Bringen wir hier nochmal auf die Außen. Weiter auf Cone. Lass den Ball durch. Oh. Fuck. Ja. Ich lege mir den Ball hier zu weit vor. Sehr dumm von mir. Aber Gott sei Dank steht Diego Costa hier im Abseits. Ich glaub ich muss mal hier wieder ein bisschen defensivere Stabilität reinbringen. Teil einer Sekunde zu früh los. Genau durch so eine Aktion macht man das natürlich. Alter. Ja. Spiel dem Gegner in die Füße. Phil Jones kommt von hinten. Oh. Danke Reed. Reed. So. Spiel hier nochmal nach außen. Und jetzt ganz außen durch. Ja. Kevin De Bruyne. Lauf Junge. Mach das Spiel zu deinem perfekten Spiel. Nee. Muss ich einfach nur flanken. Ich bin total behindert. Und selber schuld an dieser Misere will ich es mal nennen. So. Miraya ist mit der Ecke. Hüpf. Reed. Kommen wir hier vielleicht noch irgendwie dran? Nein. Aber den müssen wir... Alter. Legt ihn hier natürlich wieder direkt im Lauf. Aber Gott sei Dank geht er ins Aus. So. Einwurf von ihm. Aber direkt auf uns. Und jetzt ist hier... Schade. Es sah ein bisschen besser aus, als es dann im Endeffekt war. Hüpf. Sehr gut. Kevin De Bruyne. Setzt sich hier nicht gegen Marta durch. So. Matuidi. Einfach mal der Lopp-Pass nach vorne. Warum auch nicht? Schwarzer ist aber da. Wo ist denn hier eigentlich die Anzeige? Ich kann hier gar nichts mehr ändern. Ich versuche gerade alles die... Hier die Taktik zu ändern. Aber es geht nicht mehr. Es kommt einfach gar nichts. Also es wird nichts angezeigt da unten. Kevin De Bruyne. Alter. Schöner Lopp-Pass eigentlich. Aber... Irgendwie kommt er da mit seinem Spieler noch dazwischen. Rodwell grätscht hier rein. Reed klärt ins Aus. 116. 126. So. Okay. David Villa hier nochmal. Gucken, was er vorhat. Gib mir mal hier den Rodwell. Wollen wir hier auch noch ein bisschen abdecken. Na komm, Kollege, Alter. Jetzt mach doch mal. Ja, haben wir. Sehr schön. Spiel ihn raus, Rodwell. Sehr gut. Und jetzt bring ihn auf Cune. Kabul ist da. Aruna Cune. Und der macht ihn wieder nicht. Ich hab sogar extra Fines gemacht. Aber ich glaub, Jarvis oder Mirayas ist es. Der hier, ich hoffe mal, die Entscheidung macht. Also wir haben in den 90 Minuten gesehen, was hier alles passieren kann. Deswegen will ich mal erstmal die Fresse halten. Aber ich glaube, das war die Entscheidung dann doch. Hier nochmal auf Cune. Ne, kriegen wir nicht mehr durch. Lukas. So, Lukas will noch ein bisschen rumtribbeln. Gut. Lukas. Haben wir wieder. Jetzt nochmal irgendein verdeckter Schuss aus dem Rückraum. Und jetzt müsste das Spiel eigentlich zu Ende sein. Verlängerung geht nämlich meistens eigentlich nicht so lange. So, okay. Und damit beenden wir diesen Katastrophentag. Das war jetzt irgendwie schon wieder so ein richtig passendes Spiel. Ich meine, das kann jeder von dem Spiel halten, was er will. Aber alleine die Statistik spricht eigentlich Bände hier. Also der Gegner schießt wirklich irgendwie viermal aufs Tor und das Ding geht viermal ins Tor rein. Und bei uns will das Ding einfach wieder nicht im Netz zappeln. Gegner war jetzt auf jeden Fall kein schlechter oder so. Das will ich gar nicht behaupten. Und ich habe auch nicht sonderlich pralle gespielt. Aber wie dieses Spiel schon wieder verlaufen ist. Meine Fresse. Aber vor allem, die Spiele verlaufen immer so seltsam, wenn ich nicht so super gut drauf bin. Das heißt, das ist natürlich schon auch so ein bisschen, ja man bildet sich das schon auch so ein bisschen ein. Muss man halt auch sagen. Aber ich denke mal, wie gesagt, die Statistik spricht halt auch Bände. Wir haben 60% Ballbesitz, dazu 23 zu 9 Schüsse. Und ja, ich denke mal, das Weiterkommen ist hier ganz klar verdient. Aber naja, super war das jetzt ganz sicher nicht. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.